Der kommt gleich erst an, der Koch. Ist das dein Ernst? Kommt der jetzt mal? Wo bleibt mein Koch? Ist das dein Ernst? Wo bleibt denn mein Koch? Ach komm, stell dich halt noch einen Kocher ein erstmal. Wir brauchen eine E2-Köche. Arbeitet aber auch von 7 bis 15 Uhr bitte und kriegt auch 18 Dollar. Ja. Mehr als vier Kassen brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? So. Noch ein Kassierer. Der hat 27, ja. 29, okay. Der hier. So. Ich weiß nicht, noch einen Stock-Clurg brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja, Leute, tut mir leid. Mein Koch hat keinen Bock heute auf euch. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Ich weiß, dass die Checkout-Queues voll sind. Mann. Kann doch nicht sein, ey. Oh. Eigentlich sollte ich jetzt den Part beenden, aber irgendwie will ich noch nicht. Äh, ich will noch gucken, wie das sich jetzt weiterentwickelt hier. Und ich möchte bitte noch ein paar mal Tables bauen. Und zwar hier einen hin. Und hier einen hin. Und hier noch einen und hier noch einen bauen. Und später, wenn das hier dann voll ist, dann kann ich das da auch noch weiterbauen. Also hier. Kann auch hier und hier. Oh, das passt perfekt. Das passt perfekt. So, hier oben klatsche ich dann Klo hin oder so. Ja, irgendwie schon. Irgendwie passt das schon. Hier so, ja, dass das geht. Das passt. Nein, nicht Roadwork. Foundation. Wenn ich jetzt hier. Hierfür brauche ich erst mal nur 26.000. So, was haben wir hier? Cues voll Restaurants. Ja, heh. Toll. Ist mir schon klar. Aber Schlangen sind nicht mehr voll, ne? Ne, 107 Gäste haben wir circa. Also Kunden. Kunden war das Wort, genau. Nicht Einkäufer, oder? Mann. Kunden. Sieht aber auch geil aus, irgendwie, ne? So ein bisschen. Ja, das Style. So, die ganzen Leute kommen. Genau. Jetzt sind meine Köche da. Meine Kassierer sind da. Okay, alles. Suppi. Alles tutti frutti. Ich kann mal meine Manage... Meine Janitor kann ich auch mal eigentlich... ...komplett arbeiten lassen. Damit der Laden auch immer schön sauber ist. Oder alles immer schön sauber ist. Ich meine, wir machen ja noch Profit, glaube ich. Ah, ich sollte hier hinten auch nochmal was hinbauen, ne? Die müssen immer nach ganz oben rennen. Das ist natürlich unlucky. Moment mal, kann ich... ...Objects... Ja, die stehen hier halt nur falsch rum. Nein, das muss weg. Äh, die stehen hier halt echt falsch rum. Das ist ein bisschen problematisch. Oder geht das trotzdem? Das sieht halt einfach nur scheiße aus. Nee, das holen sie nicht von hier, ne? Nee. Weil sie da nicht rankommen. Ey, das ist ja dumm. Egal, rennen sie halt nach oben. Ist okay. Ist okay für mich. Kann ich mit leben? Kann ich mit leben? Wir machen... ... Plus. Was mich eigentlich ganz schön wundert. Wow. Hätte ich nicht erwartet. Dass wir so gut Plus machen. Also sogar verdammt echt gut. Plus. Wow. Wow, 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 wow. So, was mache ich denn eigentlich? Ich könnte mal... Ich könnte mal... ... einen Mühleimer... ... hier unten hin machen. Wir könnten mal... ... eine Pflanze gebrauchen. Damit wir mal ein bisschen... ... damit es ein bisschen schicker aussieht hier. Hier so neben die Tür... ... kommen auch nochmal zum Typ B Pflanzen. Oh, nochmal Typ B Pflanze. Oh, nein, die kommt weg. Hier kommt noch Typ A Pflanze hin. Dann könnten wir hier in den Laden... ... eigentlich auch mal ein paar Pflanzen stellen. Ich habe nur keine Ahnung wo. Denn wir haben hier kaum Platz. Machen wir das mal... ... lalalalalala... ... lala... ... lala... ... hier kommt einen... ... und hier kommt einen... ... und... ... neben dem Mülleimer würde ich jetzt... ... keinen unbedingt stellen, aber ich... ... ähm... ... ich weiß gar nicht, wie weit geht die Schlange denn? Stellen wir nochmal hier... ... eine... ... hier... ... hier... ... hier zwei hin. Damit es halt nochmal ein bisschen schicker aussieht hier, ne? Darf man ja auch nicht vernachlässigen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich trinke gleich erstmal nochmal was. Denn mein Mund ist schon wieder übel trocken. Könnten hier natürlich einen Brunnen hinstellen, aber... ... komm... ... hä? Und 20.000 kostet so einen Brunnen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das ist schon ganz schön teuer. Hier könnte man Geldautomaten hinstellen, ne? Irgendwie... ... hier so oder so. Die müssen indoor. Die müssen innen platziert werden. Ist das dein Ernst? Äh... Ich habe aber keine Ahnung wo ich die platzieren soll. Hier. Keine Ahnung. Passt schon so. So, wir brauchen langsam mal mehr Geld. Wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Geld. Das könnte ich hier nämlich schon mal anfangen. Das ist eigentlich genauso, wenn ich... 13.000. Eigentlich... Äh... So. Wir könnten hier schon mal anfangen, ne? Machen wir das schon mal? Nein! Ja, nein. Äh... Das muss weg. Ich will das nochmal wegmachen. Ich will das nochmal wegmachen. Nein, nein, nein. Hier ist nichts mehr zu bauen. So, ne? Ne. Doch so. Nur das hier muss weg. Ja, oder? Ich bin nicht grad ein bisschen verwirrt. Ey, was ist denn mit euch? Verarbeitet sie jetzt? Ja, hä? 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 Ja, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, passt. Ja, doch. Das... Ah, okay. Passt schon alles so. Meine Güte, ey. So. Fehlt nicht mehr viel. Äh... Objects. Ähm... Wo kommt die denn hin so? Stehst du da hin? Ich glaub, ich mach die Tür hier hin. Und brauche... So. Ja. Ich glaub, das passt alles, oder? Scheint zumindest so. Ja. Dann brauchen wir nochmal... Hier gleich eine Staff-Door. Wir haben nicht genug Geld für eine Staff-Door. Okay. Ähm... Kann ich nicht einfach jetzt... ...sagen... ...hier soll eine Wall hin? Nee, ne? Glaub nicht. Äh... So. Ich möchte bitte... Ich muss das so machen. So. Zack. 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 Hä? Hä? So. Äh... Remove das hier. Walls. Dahin. Remove walls. Hier. Objects. Death-Door. Dort. Dort. Und... Zack. 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 Äh... Nein. Nein! Ich will da keine Wall haben. Ähm... Objects. Toilette, 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 Toilette Waschbecken Kommt später woanders hin Toilettenurinal Ist doch indoors Oh, wir haben nicht genug Geld Ja gut, habe ich gesagt Ich glaube noch mache ich das hier Von hier Und dann hier, ja das passt Das passt Das heißt, wenn wir genug Geld haben Dann passt das Und dann ist glaube ich aber Auch der Die Aufnahmesession vorbei Habe ich 10 Parts bisher aufgenommen Wir sind eigentlich Na gut, in 10 Parts haben wir gar nicht so viel gepackt Obwohl es geht Es geht Dann werde ich das Game laufen lassen Geld farmen dadurch Müssen nicht mehr viel abbezahlen Ja doch, eigentlich schon so ein bisschen noch Aber egal So viele Besucher hat das Restaurant noch gar nicht Aber ich glaube das füllt sich mit der Zeit dann aber auch Auf Immer auf die kleinen Zahlen achten 20, 19 27 28 Alter So gleich, bald ist der Tag Wobei dann kann ich hier mal ein bisschen auffüllen Also habe ich wieder Geld Und dann kann ich hier wieder Bauen So Komm schon Nice Okay, ich kann bauen Zack Und Zack Schön, habe ich dann Double Wall eigentlich? Ja, naja Ich glaube dann pack ich die Double Wall Äh, ich meine Double Door Double Door Ach, ich kann auch eine einzelne Tür machen Ich glaube ich mache auch eine einzelne Tür Zack Dann hätte ich gerne ein Urinal Kann ich das? Wieso kann ich das hier nicht machen? Ja, hier kann ich es machen Mach ich hier nochmal Urinalzinn Urinale Und ein Waschbecken Ist doch Indoor Mach ich da ein Waschbecken hin? Und hier ein Waschbecken Ist zwar total scheiße irgendwie Aber egal Ähm Äh In der Wand Das kann ich nur oben placen Wir müssen umstrukturieren Removen 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 Ich hoffe der nimmt jetzt auch das Object Ja gut Okay Äh Wir machen das anders Wir machen das so So, so, so So Haben wir schon mal 5 normale Toiletten? Ich hab kein Geld Nice Kann ich hier unten nämlich noch Urinale hinmachen Hier so 2 Und hier dran 2 Waschbecken Hier 2 Waschbecken Ja nicht hier Wenn ich dann Geld hab Meine ich zumindest 2 Waschbecken Ein Papierspender Und Hier 2 Urinale Beziehungsweise hier Hier oder hier so Ich glaub ich mach das hier Ne ich mach das hier Hier war's besser Wenn ich das Geld hab Und dann klatschen wir hier noch ne Pflanze rein Haha Ein Mülleimer Mülleimer Stimmt Hab ich da unten Mülleimer drin? Ne Ah Egal So Ich hab Geld Ein Papierspender bitte Dann bitte Hier ein Urinal Und hier ein Urinal Bitte Hier ein Waschbecken Und hier ein Waschbecken Und dann bitte Und dann bitte Hier ein Mülleimer Hier ein Mülleimer Äh Äh Ja Das passt so Und assign Restroom Das hier Manage Stuff Ne Restroom 6 Und der Luke Scheiße. Boah, noch zwei. Alter. Unser Klo läuft. Boah. Ist der gerade aus dem Klo rausgekommen, auf dem der andere war? Ich frag nicht. Ich frage nicht. Nein. Nein, einfach nein. Nein, nein. Ich frage einfach nicht. Das ist zu verstörend. Alter. Sex auf dem Restaurantklo. Die beiden Kehrle haben es verstanden. Ach Gottchen, ach Gottchen, ey. So, aber es passt doch alles. Ist doch schon mal super hier. Ist doch schon mal super toll. Super, super toll. Schön. Läuft mittlerweile. Ich werde das jetzt laufen lassen, das Game. Im Hintergrund. Wir sehen, während ich Videos gucke oder so. Und ein bisschen Geld farben. Ich würde sagen, bis Tag 70 oder so, schätze ich jetzt einfach mal, lasse ich das laufen. Und ich darf nur nicht vergessen, abzuspeichern später, ey. Und ja, dann hoffe ich euch, dass die Aufnahme ist ja schon gefallen. Wir haben ganz gut was geschafft. Wir haben hier mehr Kassen hingebaut. Gut, wir haben jetzt Kühlschränke. Sind das Trockner? Und Waschmaschinen? Und Öfen oder so? Ne. Andere Mini-Küschränke? Ich hab keine Ahnung. Und wir haben ein Restaurant gebaut. Was sogar funktioniert. Und wir haben endlich Müllbeseitigungen. Sehr nice. Gut, Leute. Ich glaube, was hat euch gefallen. Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder. Haut rein.